So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie wir Alfred Nobel 1 auswischen können. Ich habe im Laufe des Jahres im Discord mal mich unterhalten mit der Deutschlands vermeintlich jüngster Steuerberaterin. Und im Spaß habe ich dann gesagt, ja, wenn ich später reich bin, könnte ich eine Stiftung gründen und einen Pichlerpreis ausrufen irgendwann mal, um dann dem Alfred Nobel ans Bein zu pissen, weil der nämlich seinen blöden Preis am 10. Dezember ausruft und mein Geburtstag am 11. Dezember immer darunter leiden muss, dass sich die Welt um ihn dreht und nicht um mich, was ja viel wichtiger wäre. Weil, hm, so. Und das war halt mehr so dahingesagt, wie es halt oft ist. Aber, weil ich ein sehr guter Planer bin, habe ich mir Gedanken gemacht, ob das möglich ist. Und, Spoiler, es ist möglich. Und deshalb zeige ich euch, wie ich später mal, wenn alles klappt und was für Voraussetzungen da benötigt werden, Alfred Nobel ans Bein pissen. So. Ist doch mal ein nettes Video. Also erst mal kurz Erklärung. Also, Nobelpreis kennt ihr, der wird einmal im Jahr in fünf Kategorien, Literatur, Physik, Chemie, Frieden und, ich kann es noch nicht mal sagen, weil es mir so egal ist, da, Medizin, da, fünfte, genau, vergeben. Und eigentlich relativ stabil vom Preis. Also, elf Millionen schwedische Kronen, knapp eine Million Euro pro Kategorie. Also, fünf Millionen Euro lobt Nobel aus jedes Jahr von seinen Zinserträgen. Jetzt hatte ich mir überlegt, okay, eine Million ist jetzt nicht wenig, aber, äh, wenn ich zehn Millionen auslobe in fünf Kategorien, also insgesamt 50 Millionen, dann, äh, es wird nicht von jetzt auf gleich sein, aber mit der Zeit spricht sich rum, dass irgendein Österreicher oder Deutscher, äh, ja viel mehr ausgibt jedes Jahr. Und das ist eine Frage der Zeit, bis die Medien dann halt, äh, das berichten. Und dann habe ich überlegt, ähm, mit dem Inflationsrechner, den es gibt, auf, zum Beispiel auf Extra-ETF, da sieht man eh, einmal F11, so, damit ihr besser seht. Wenn ich jetzt zehn Millionen Euro habe, also, ähm, das mal fünf, ist eine Milliarde Euro in 160 Jahren. Also, 50 Millionen Euro werden ungefähr zwei Milliarden, äh, 1,2 Milliarden Euro wert in 160 Jahren. 1,6 Millionen in Zinsen ist nicht wenig, also das wird schwer. So, also, bleiben wir bei zehn Millionen, sind es 237. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, zehn Millionen ist gut, machen wir drei Kategorien, sind, äh, dann ungefähr Pi mal Daumen 600, äh, Millionen Euro, die ich an Zinsen verdienen muss in 200 Jahren. So, ist eigentlich basic. So, das ist das, was man weiß, äh, was man wissen muss. Also, 600 Millionen brauche ich, äh, für drei Kategorien, um in drei Kategorien den Nobelpreis zu schlagen. Wenn ich ihn nur verdoppeln will, ähm, was haben wir gesagt, fünf Millionen, wenn ich sage, zehn Millionen, dass man einfach zwei Millionen auslobt, dann dauert es halt länger, ihm ans Bein zu pinkeln, brauche ich 237 Millionen Zinsen. Äh, 200 Jahre. Ähm, warum 200 Jahre, sehen wir gleich. So. Und das ist eigentlich ziemlich einfach, wie man das ausrechnen kann. Das könnt ihr nämlich auch. Ihr könnt euch auch einen Pichlerpreis ausloben, haken. Ihr müsst in Österreich wohnen, weil in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger. In Österreich hast du nämlich den Vorteil, dass du, kann ich da auch F11? Oh, da kann ich auch F11, dass du, die meisten Firmen in Kollektivvertragssystemen sind, das heißt, es gibt jedes Jahr eine Gehaltserhöhung und die richtet sich an die Inflation, die rollierende Inflation, also die Durchschnittsinflation der letzten zwölf Monate. Wenn ich jetzt weiß, jedes Jahr ist das Ziel, dass die Inflation bei zwei Prozent bleibt, Spoiler, dann ist auch die Gehaltserhöhung zwei Prozent, meistens so 2,1, 2,2. Dann braucht man nur mal nachschauen oder sich das von JetGPT sagen lassen, wie die durchschnittliche Gehaltserhöhung in der Elektroindustrie gewesen ist in den letzten 40 Jahren. Spoiler, 2,3 Prozent. Also rechnet man mit zwei Prozent Gehaltssteigerung, kommt man eigentlich auf einen vernünftigen Wert und kann sich so ausrechnen, wie das Nettogehalt in den nächsten Jahren ist, bis zur Rente. Viereinhalbtausend klingt jetzt natürlich viel, aber Viereinhalbtausend ist auch inflationsbereinigt. Also es hat von der Kaufkraft her jetzt nicht viel mehr als das Gehalt jetzt. Also es hört sich nur viel an. Und zusätzlich, das ist der eine Teil des Plans, dass du halt weißt, wie hoch dein Gehalt sein wird. Fix, also ich brauche nicht um Gehaltserhöhung betteln, sondern irgendwas. Also ich weiß, dass wenn ich 68 bin, habe ich mindestens, weil es ist meistens mehr, 4.543 Netto. Egal was passiert. Solange ich bei der Firma bleibe und nicht gekündigt werde oder selbst kündige. Also das ist quasi einer der Dinge, die funktionieren müssen. Ich darf nicht gekündigt werden, wir dürfen nicht pleite gehen. So, in Österreich kriegst du dann noch Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld. Da kann man sich auch ausrechnen, wie viel das mindestens sein wird. Und jetzt, nachdem wir die Inflations, wie heißt denn das jetzt wieder, die kalte Progression gekänzelt haben in Österreich, nähert sich das Nettogehalt eigentlich immer mehr dem Weihnachtsgeld an. Wenn ich noch zwei Jahre länger, wenn ich bis 70 arbeiten müsste, würde ich genauso viel Netto haben, wie das Weihnachtsgeld, das jetzt ein bisschen mehr ist als mein Nettogehalt, weil die Steuer geringer ist auf den Weihnachtsbruttolohn. Das sind halt auch alles Netto-Werte. So. Und jetzt kannst du einfach sagen, ich habe jetzt hier, ich weiß, ich habe, sagen wir mal, mit in 17 Jahren, was ist das Jahr? 2040, das ist ein schönes Jahr, habe ich 3700 Netto. Dann brauche ich mir nur ausrechnen, sparsamer Boy, 2040 haben wir gesagt, ein bisschen nach vorne, 2040, F11, wieder zurück, F11, so. 2040, was werde ich wohl ausgeben? Dann brauche ich Miete, bla bla bla, das muss man sich halt ausrechnen, wie da die Inflation ist, da könnte man ja wieder den Inflationsrechner bemühen und sagen, aktuelle Miete ist jetzt, jedes Jahr Inflationsrate drauf, plus, dass man fair ist, noch mal ein bisschen Prozent. In Österreich grundsätzlich hast du da auch einen Mietpreisspiegel, an dem sich die Vermieter halten müssen, da weißt du, jedes Jahr schlägt die Miete im Durchschnitt um 22 Cent auf und kannst du halt auch ziemlich genau ausrechnen. Also, ich werde ungefähr 790 Euro zahlen, bla bla, ich habe 3,7 Netto und ich kann so viel weg, also ich kann 1500 wegsparen, quasi, im Optimalfall. So. Und, also du weißt, was deine Kosten sind, du weißt, was deine, dein Netto ist, das kannst du ja alles, das ist ein bisschen mühsam, aber das kannst du ja ausrechnen und dann kannst du festlegen, wie viel du wegsparst. So. Und ihr wisst ja, dass ich seit einem Jahr ETF, auf einen ETF-Sparplan habe, auf den MSCI World. Da ist es so, F11 wieder weg, dass der jedes Jahr im Durchschnitt 8% Rendite hat, wenn man 15 Jahre mindestens dabei ist. Da gibt es dann auch eine Seite, da kann man ausrechnen, anhand von der Entwicklung der Börse in einem 15-Jahres-Zeitraum betrachtet die letzten 100 Jahre, also immer, innerhalb der letzten 100 Jahre immer 15 Jahres-Zeiträume, insgesamt 150 verschiedene Zeiträume, ob es das funktioniert hätte oder nicht und es hat eigentlich bis auf ein Jahr immer funktioniert und wenn man es dann auf 20 Jahre rechnet, funktioniert es eigentlich immer, also nicht nur eigentlich, sondern es funktioniert immer bisher, was natürlich nicht heißt, dass es in Zukunft funktioniert, aber die Chancen stehen gut, dass der ETF im Durchschnitt 8% macht. Das ist jetzt ein bisschen eine schwammige Rechnung, weil wenn ich jetzt hier dieses Jahr hat er 30%, wenn ich jetzt von von dem Startkapital von 10.030% dazu gerechne, habe ich mehr, als wenn er jetzt nur 8% hat, wenn er dafür aber im nächsten Jahr runterfällt, 20%, weil es schwankt auch mal stark, dann ist es halt blöd zu berechnen, aber letzten Endes kommt das, das Ergebnis am Ende ist mindestens so und eher besser. So, jetzt sind wir schon bei 10 Minuten, also ich beeile mich. Jedenfalls habe ich dann geschaut, was ich jedes Jahr weglegen kann, am Anfang sind es halt mindestens 6.000, später sind es mindestens 24.000, abhängig von meinem Gehalt, wenn ich brav spare und nicht krank werde, kein Krebs und die Firma nicht pleite geht und wir nicht von Kim Jong-Un und Putin in einem Gangbang weggebombt werden und ich nicht plötzlich auf Koks und Nutten stehe, dann kann ich das weglegen und wenn dann zusätzlich die Welt sich entwickelt, wie sie sich die letzten 150 Jahre entwickelt hat und dann könnte ich, wenn ich sparsam bin, mit 70 in Rente oder mit 68 genau eine Million haben auf dem Konto, also im Depot quasi und wenn ich, wenn die Welt zusammenbricht, ich aber trotzdem arbeite, habe ich halt 675.000 im Depot. So, jetzt hoffe ich doch, dass ich mindestens mal 75 werde, das steigert sich dann und mein Ziel ist 80, das wäre schön, wenn ich 80 werden würde, da hätte ich dann im Idealfall, oder nicht im Idealfall, sondern in dem Normalfall, der, wenn es sich alles so entwickelt, wie es sich die letzten 100 Jahre entwickelt hat, hätte ich 2,6 Millionen, hätte ich, wenn sich das nicht so entwickelt, dann haben wir eh Pech, dann kann er halt seinen Scheißpreis behalten, oder wenn ich halt, also die, die eine Million mit 80, die ist sicher, weil es die Inflationsrate bleibt halt, solange wir keinen, na, noch nicht mal so lange, weil in den letzten 100 Jahren gab es ja auch Weltkrieg und alles, also die Million ist safe, solange ich nicht gekündigt werde, oder solange ich gekündigt werde und ziemlich bald einen neuen Job finde, der ähnlich gut bezahlt, also, wenn ich 80 werde, oder 79, oder na, was haben wir hier, also mit 77 bin ich safe, Millionär, egal was kommt, es sei denn, ich werde sterben vorher, also Leben wäre so die zweite Möglichkeit, aber wir gehen mal vom Normalfall aus, also da hätte ich mindestens, zweieinhalb Millionen und da würde ich empfehlen, ein bisschen was abgeben und wird schauen, dass das Geld in eine Stiftung kommt und einfach 20.000 Euro Stiftungskosten wären maximal, wo es haben dürfte und es wird einfach weiterlaufen mit den acht Prozent, kämen wir irgendwann mit, an meinem 164. Geburtstag, wäre ich Milliardär oder meine Erben, ich habe mir auch ausgerechnet, wie alt der Finder wäre, der wäre auch schon längst tot, das Enkel, das ist hier, wäre tot, das Urenkel wäre gerade so noch, wenn er Glück hatte und alles für ihn sich gut entwickelt, Milliardär, also theoretisch, weil er darf ja nicht ans Geld ran, außer an die, also da hat er jedes, ich bin dann schon so fair gewesen und habe irgendwann gesagt, okay, ich verstehe, dass die auch Geld brauchen, ich gebe ihnen 15 Millionen, was inflationsbereinigt, ungefähr ein Haus wäre im Jahr, wo sie sich nehmen können, dafür, dass sie halt mein Geld nicht ausgeben, weil das funktioniert nämlich leider nur, wenn keiner dir von dem Geld was klaut und wenn ich mal tot bin oder wenn der Finn tot ist und vielleicht spätestens, wenn ich einen Enkel habe und der tot ist, weiß ich nicht, wer an das Geld, wer mir das klaut, also von daher habe ich spätestens ab dem Finn seinem Tod jedes Jahr 15 Millionen, die da abgezwackt werden, sonst würde es halt ein bisschen schneller wachsen, aber ich brauche halt einen Sicherheitsbaustein gegen dreiste Diebe, ja, jedenfalls an meinem 200. Geburtstag, das ist hier, hat der vor, wenn alles so läuft und so wie die letzten Jahre, 100 Jahre vor uns jetzt, 12 Milliarden angespart, einfach nur durchliegen und jedes Jahr 8% mit Zins- und Zinseszinseffekt dann, so, jetzt lacht ihr schon, weil das 12 Milliarden, aber 12 Milliarden sind halt auch ein Witz im Vergleich zu jetzt, da bin ich dann gerade mal Multimillionär, können wir ja mal kurz interessieren, habe ich jetzt gar nicht nachgeprüft, was 12 Milliarden wert sind, wo ist denn das, Inflationsrechner, so, 237 sind 10 Millionen, machen wir mal 100 Millionen, sind 2 Milliarden, also ich werte 300 Millionen auf dem Konto, also es wäre jetzt nicht so, dass ich ultrareich bin dann, also die Nachkommen, es ist halt, es sieht halt einfach nur viel aus, aber es ist nicht viel, also in jetziger Kaufkraft ungefähr 300 Millionen, könnte man in 200 Jahren erwirtschaften, ja, ja, und dann brauche ich einfach nur sagen, okay, wir haben jetzt gelernt, 12 Milliarden Hammer, wir brauchen mindestens 600 Millionen Zinsen, trage ich ein, der Wert von vorher plus, minus 600 Millionen und das verzinst dann auf, mit 8%, muss mehr sein als das Jahr vorher, dann funktioniert's und ihr seht, ich hab 12 Milliarden, zieh die 600 Millionen ab, mach die Zinsen drauf, hab ich 13 Milliarden, also es geht sich aus, das wiederum heißt, dass wenn alles so funktioniert, also nochmal, drei Punkte, ich darf, ich muss 80 werden, mindestens, es darf die Welt nicht in die Steinzeit gebombt werden, Weltkrieg ist scheißegal, solange ich nicht darunter leide, das wäre halt schon gut, ansonsten ist Krieg egal, weil wir hatten in den 100 Jahren zwei Weltkriege, vier Pandemien und es hat gereicht für 8%, also die Wahrscheinlichkeit, dass es 8% gibt, in 15 Jahren ist eigentlich extrem hoch und dass es in 20 Jahren oder 25 Jahren 8% im Durchschnitt gibt, also das wird nicht klappen, ja und dann muss ich nur nicht beklaut werden und schon kann ich Nobel ans Bein pissen in 200 Jahren, was wir alle nicht erleben, aber ich habe Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt wenigstens und dann kann ich ihm sagen, pass auf, jetzt warte mal noch 140 Jahre du Spasti, dir gebe ich dafür, dass mein Geburtstag kaputt gegangen ist. So, also ein nettes Video, doch 17 Minuten geworden, aber ich finde es lustig. Ihr könnt Kategorien schreiben, die man nehmen könnte. Ich würde gern grundsätzlich irgendwas, also Frieden ist Bullshit, also Frieden kann auch der Trump kriegen, quasi, das will ich nicht. Medizin, warum erhebe ich das so in den Himmel? Ich wüsste, ich weiß noch nicht die Kategorien, also ich wäre offen für drei Kategorien, wo man sagen könnte, das wäre ziemlich gut. Außergewöhnlich, also außergewöhnlicher Mensch wäre nicht schlecht, aber da hast dann meistens das Timer gesehen, das die 100 Einflussreichsten macht und wenn ich jetzt den Einflussreichten 10 Millionen in den Nachhine schmeiße, der hat schon Geld, der braucht das nicht. Und es ist aber auch so wenig, dass man nicht, dass man jetzt sagen könnte, man bekämpft Hunger oder so. Später schon, also wenn der, das ist ja der Anfang, also der Plan ist ja in meinem Kopf, dass der am Anfang dann der Pichlerpreis Fahrt aufnimmt und die ersten sagen wir 30, 40 Jahre muss er einfach Nobel ans Bein pissen. Aber er wächst ja jedes Jahr um 8% und das kannst du, ich habe es mal weitergeführt, irgendwann macht er halt auch eine Milliarde Gewinn und zwar eine Milliarde in Jetzt-Geld Gewinn. Da hast du dann schon jedes Jahr genug, um mal zu sagen, ey, ich kann auch einfach eine Milliarde in die Krebsforschung reinbuttern, wenn ich möchte. Also es wäre schon ein Plan. Das Ziel sollte schon sein, dass irgendwann der Preis so ist, dass er anderen Markusen ans Bein pisst, quasi. Dass irgendwann in 500 Jahren einer da sitzt und sagt, ey, der scheiß Pichler, der geht mir so am Sack mit seinem Pichlerpreis und sich dann überlegt, wie er meine Milliarde schlagen kann, quasi. Das wäre so ein netter Gedanke zum Abschluss. Ja, so. So.